Hallo meine Lieben. Hallo. Wir sind wieder mal beim Einkaufen und sind heute bei Aldi, weil wir ein bisschen was zu essen brauchen. Und Ersch hat schon was entdeckt. Die Susam-Cracker. Sie nehmen mal mit. Die Susam-Cracker. Weißt du was? Und wir sollten vielleicht auch nochmal das hier mitnehmen. Vollkorn. Und auch nochmal die normalen. Ja, die normalen kannst du auch machen, ja. Guck mal, das sieht toll aus. Mal gucken. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen Käse, Schokomüsti. Wenn wir nicht sagen, wo durch geht's? Wir gehen jetzt einfach mal durch, genau, und gucken uns hier einmal um, was die alles so haben. Tee wollte ich jetzt hier nicht holen. Hier sind Schokomüsti. Ja, die wollen wir aber nicht holen, ne? Da sind die Kühlabteilung, aber immer noch kein Käse. Nee, Käse ist in der Kühlabteilung. Ich brauche erstmal ganz kurz meine Melade. Warte mal. Aber ich glaube, doch, schwarze Hannesbeere haben die hier. Lecker. Die sind nämlich alle bei mir. Mal kurz gucken. Schokomüsti, ich sehe das schon. Warte mal. Warte mal. Nein, ich sag gerade, ich sehe das schon, aber das war das gar nicht. Da hinten. Ist das Schokomüsli? Doch, das ist Schokomüsli. Lass mich noch kurz mal ausfragen. Stimmt, das ist Lila, ne? Hier. Schokomüsli. Aber wieso denn Knuspermüsli? Das hatten die doch immer anders, oder nicht? Haben die irgendwas geändert? Eigentlich war das nicht groß von Müsli. War das Müsli hier? Das ist nicht geil. Nein, dann probieren wir das mal aus. Wir müssen auch hier Haferflocken nehmen wir nochmal mit. Diese hier. Okay, weiter geht's. Hier ist schon mal Käse. Warte mal. Käse, Käse, Käse. Bauder nehme ich gleich zwei. Das ist sowieso die einzige, die Käse ist. Man merkt es manchmal auch noch. Käse, Käse. Und hier. Und hier Nummer zwei. Hallihallo, Käse, Käse. Und hier Nummer zwei. Hallihallo, Käse. Und hier Nummer zwei. Hallihallo, Käse, Käse. So, guckst du. Was ist das denn? Kuscheltier? Mh. Na ja. Wir brauchen hier Gurke. Und nochmal Äpfel. Du musst einfach ganz rumrennen. Muss es gar nicht. Weil ich aussah nicht abgewogen bin. Okay. Weiter geht's. Wir brauchen jetzt Äpfel. Äpfel? Nee, die müssen irgendwo hier Säcke haben. Guck mal. Diese hier. Haben wir gesehen? Wie sieht das aus? Nur diese gut. In rot. Pass mal auf, wenn du jetzt, ne? Okay, jetzt gehen wir mal zur Kasse. Ah! So ein fleißiger Helfer. Ja. Äh, ich komm da nicht an. Gleich alles geschafft. Nur noch Marmelade. Und die Taschen? Nee, die nicht. Die hatten wir ja mit. Super. So, unser Einkauf ist jetzt fertig. Wir haben jetzt ein bisschen was eingekauft. Und die sind jetzt nach Hause. Ja. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.